Mein Name ist Thorsten Radatz, ich bin Oberbauleiter bei der Schultheist Projektentwicklung seit 2014 im Unternehmen und betreue als Oberbauleiter die Projektteams übergeordnet und strukturiere die Unternehmensprozesse mit. Meine Hobbys sind Handball an allererster Stelle, was ich seit über 35 Jahren spiele, ich lese gerne und höre gern Musik. Der Handballsport macht aus, als es ein Mannschaftssport ist, es ist anders als beim Fußball, alle greifen an, alle haben Abwehrfunktionen und nur wenn alle sieben Mann gleichzeitig stark in der Abwehr und im Angriff sind, führt dies zum Erfolg. Und es ist nach wie vor meine Leidenschaft, jetzt bin ich 44 und es macht mir immer noch Spaß, vor allen Dingen auch sich dabei körperlich fit zu halten. Als Mannschaftsleistung sind definitiv am Ende der Projekte die Gemeinschaftsabnahmen. Hier müssen alle mit anpacken und dafür sorgen, dass das Schleifchen für den Kunden um das Objekt geschnürt wird. Das heißt Teamassistenz, Architekten und Bauleiter sind genauso gefragt wie auch die Oberbauleitung oder die Geschäftsführung. Ähnlich wie beim Handball ist es bei den Projekten wichtig, die Motivation hochzuhalten und dran zu bleiben, dass man auch bis zum Schluss Freude dabei hat, das Projekt umzusetzen. Musik Musik 앤 Musik Bis zum nächsten Mal.